Oh ja, hallo, zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, was aus dem Rollrasen geworden ist. Also wie ihr hier sehen könnt, ist der schon sehr gut angegangen. Hier habt ihr mal einen kleinen Höhenunterschied. Also der fängt sehr gut an sich zu verwurzeln, dank des vielen ungnädigen Regens, den wir gerade haben. Hier diese kleinen freien Stellen, die hatte ich gesät. Da kommen jetzt, sie sprießen jetzt die ersten Pflänzchen, Graspflänzchen raus. Wenn ihr so Sachen seht, wie so kleine Hölzchen, Blätter und so weiter, immer auf jeden Fall entfernen. Das hilft natürlich beim Wachsen. Und bei dem gesäten Rasen ist es natürlich auch total wichtig, dass ihr den gut angießt, wenn es halt nicht regnet, genau wie beim Rollrasen. Aber wie ihr seht, der hat sich sehr gut entwickelt, der Rollrasen. Der macht sein Ding ganz gut. So auch diese Kanten kann man schön sehen, die sind sehr gut angegangen. Also das ist richtig schön bündig alles. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die gesäte Seite. Da seht ihr, da kommen jetzt schon so langsam die Graspflanzen hoch. Aber auch hier ist auf jeden Fall nochmal ein Nachsäen angesagt. Das allerdings am besten erst, wenn wirklich der Rasen Kraft bekommen hat, so einigermaßen gut gewachsen ist. Dann sieht man das besser und es lässt sich auch besser nachsäen, weil ansonsten die Vögel sich wieder etliches Rauspicken werden. Also war das Ganze, wenn man das mal hier so sehen kann, alles in allem ein absoluter Erfolg. Sieht sehr gut aus. Ich hoffe, bei euch ist es genauso gut geworden. Ihr könnt mir gerne mal ein Foto schicken. Freue ich mich. Oder in die Kommentare schreiben, wie bei euch der Rasen angegangen ist, wenn ihr es nachgemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, das kleine jetzt, dann könnt ihr mir gerne ein Like da lassen und den Kanal natürlich immer abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer Nachrichten, wie ihr wisst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Nachmittag und wünsche uns allen, dass jetzt die Sonne endlich mal so richtig durchkommt. Und ich wollte noch eine kleine Ankündigung machen. Ich werde jetzt im Laufe dieser Woche auf jeden Fall nochmal ein Video von den Pflanzen machen, den Gemüsepflanzen, die ich in meinem Garten gesät habe, um euch mal zu zeigen, wie das alles jetzt angewachsen ist. Mehr oder weniger gut. Also bei diesem Wetter ist so einiges halt, was sich so ein bisschen quält. Und naja, Sachen wie Kohl oder so, die sehen dann schon ganz anders aus. Ja, das war es jetzt erstmal. Ich wünsche euch einen super schönen Nachmittag und hoffen wir mal, dass die Sonne endlich anfängt zu scheinen. Tschüss!